so freunde an der stelle hatten wir aufgehört hoffe ich doch zumindest irgend so was war das hier erstmal als richter einstellen einen moment so so geht das geht das das geht okay und dann geht es auch direkt weiter mit der kolonnen action so den schmeißen wir das mal raus jetzt muss ich hier noch okay jetzt geht es los wenn ich mal hier drauf kommen würde genau okay also der meint hier der könnte uns abknallen da bin ich aber nicht so der meinung ohne kranotzi cool wo m4 m4 ich habe es gestern schon wieder von vorne angefangen irgendwie ich weiß auch nicht warum für deutschland übelst bock zu aber egal kann den fahrer schossen gehört den geschützt ich will den ich bin zu dumm egal wo treffe ich euch er auch nicht oh mein gott schon wieder so schlecht ich blamier mich mal wieder aber das ist nichts neues ich habe mich dran gewöhnt von daher ist mir das auch egal so ich hätte euch vor der neber springen müssen oder ein vorher mal jetzt gibt es hier den 6 komm wer ist der Nächste was willst du denn hier ah ne das ist ja die Dings hoppla ah passiert kann man mal verwechseln wie schnell wurde der gerade auf einmal was willst du da oben eigentlich so wer will noch hier Stress machen du oder was wow 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 shit shit oh verreg doch mal endlich so oh Dribble oh das gibt's doch gar nicht wow 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 was geht denn jetzt ab ach so jetzt muss ich hier zu der rüber ich kann mich an die Stelle gar nicht mehr so richtig erinnern alles klar dahinten ja das Fahrzeug da halt drauf festhalten haha ihr blöden Penner jetzt seid ihr dran oh Mist ja tot Spiel beendet durchgespielt fertig los 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 jetzt warte ja fast wie früher kannst du laut sagen und was jetzt wir gehen zu dem alten Kloster was sonst da ist Schäfer verdammt was ist los lasarewitsch hat ihn oh nein wirst du das schaffen aber sowas von oh Gott erschreckt mich doch nicht so erschreckt mich doch nicht so war Kapitel 22 schon ich weiß übrigens immer noch nicht wie viele es waren wollte ich eigentlich mal nachgucken aber naja egal ich werde es ja rausfinden wenn ich es durch habe aber da kommt noch einiges also das werden dann noch mindestens also nicht noch mindestens 30 Part aber mindestens bis Part 30 locker locker so war die Stelle was jetzt alles kommt das Kapitel mag ich überhaupt nicht der letzte Tag ist nicht angekommen kalt die Auge noch kalt die Auge noch lalala oh man da schön unten den Kopf angeschlagen sehr gut oh wie ging das denn nochmal man brauchte irgendeine bestimmte Reihenfolge musste man machen weil ähm ich habe auch keine Waffen jetzt momentan ok ok jetzt kommt der hier lang oder was oh shit na komm noch ein Stück komm ach ach was hat ein Ding gegeben ey so mal gucken da hinten ist nämlich noch einer ach jetzt kommt da noch einer wo geht der denn jetzt hin ähm noch da hinten irgendwo liegt hier nämlich auch noch eine Armbrust glaube ich ach bingo ach bis dann nein verdammt schlauze na das lief ja fast eigentlich ganz gut ach wir sagen einfach dass es gut gelaufen ist so so ähm ok knackenschuss jetzt müssen wir hier hoch in diese ja wie soll ich sagen Festung nenn ich es einfach mal ach da geht es jetzt so ab stimmt jetzt kommt ja dat hier die Mission kann man also teilweise die Mission die kann man auch online machen ach echt zack so die Armbrust ist quasi können wir sagen so eine Sniper mit Schalldämpfer ach shit auch man kann auch irgendwie da hinten lang da liegt da nochmal eine Armbrust rum ach ich werde so oder so entdeckt das ist eigentlich scheißegal ich könnte auch eigentlich reinrennen wie der letzte asoziale ach ne jetzt haben sie mich eh gesehen ach shit nein unterneber Armbrust ey was sind die Dinge eigentlich gell naja ach shit ach das ist schon wieder klasse gelaufen ach jetzt verreckt doch es gibt's doch nicht man das gibt's doch nicht hallo oh was ist denn hier schon wieder los ey oh der alter und der M4 das ist genau das was ich brauche oh ne das sind zu viele also ich sehe eins zwei das sind drei noch und dann geht der Karte runter wenn ich schieße ey das ist doch so ein Witz ey da oben sag mal ne oh mein yo und ein Sniper oben auf dem Dach genau genau Freunde und hier ist auch noch so ein Fettsack ey den mach ich aber jetzt mal als erstes Blatt das gibt's doch alles gar nicht und der da oben schmeißt auch noch ne Granat yo und hier ist der Fettsack ey cool ich hab irgendwie ach Leute 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 es ist schon wieder zu viel es ist schon einfach wieder zu viel des Guten wo ist denn wo ist denn so der ist jetzt da der auch da hinten ist noch einer scheiße ach komm sterb doch einfach mir zu Liebe so auch down so langsam könnten wir uns weiter vorkämpfen ui Granaten und allem möglichen Kram nehmen wir natürlich gerne mit ganz besonders Schuss ähm ähm was haben wir hier uuuh das gefällt mir jede Menge M4 Schuss wir hatten da eben noch geschossen ok anscheinend die Tuse so wie ging das denn hier alles nochmal oh geschützt oh je 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 der Parts war schon gleich vorbei wo Sniper da oben wo das noch einer ja den machen wir natürlich auch noch mit dem Helm abgeschossen das gibt es doch überhaupt nicht zeigt mir dein Kopf so da ist er down und ich glaube ich beende jetzt erstmal den Part und was gehst du da hinten eigentlich mit deinem dummen Geschütze ey ja so siehts aus ist der jetzt auch weg oh natürlich oh ey was ein mieser Bastard oh ich dachte da kommt keiner mehr und dann wartet der einfach oh warte dafür kriegst du auch ein Ding jetzt ich lass mich hier doch nicht verarschen ey ich lass mich hier doch nicht verarschen ey ich glaub ja wohl es geht los ey das was hält der denn aus krass aber ja doch noch einer eben wow wow oh scheiße ey okay das ist doch ein Witz ey so dem haben wir noch schönen Headshot gegeben gut ich beende jetzt mal den Part sonst verraff ich das wieder ihr kennt mich ja also bis bei vier vielen bis zur nächsten Folge bis zur nächsten Folge bis dann bis zur nächsten Folge